Der Fußball. Der mit Abstand beliebteste und weit verbreiteste Sport der Welt. Es gibt nahezu keinen Ort, wo nicht gegen den Ball getreten wird. Wie populär der Fußball eigentlich ist, sieht man alleine schon, wie viele nationale Fußballverbände sich der FIFA angeschlossen haben. Um genau zu sein, ist der Weltfußballverband mit 211 Mitgliedsverbände der zweitgrößte Sportverband der Welt. Nur der Volleyball-Weltverband ist größer. Wenn wir nur von der FIFA-Anerkannte ausgehen, gibt es deutlich mehr Fußball-Nationalmannschaften als völkerrechtliche anerkannte Staaten. Die Vereinten Nationen haben insgesamt 193 Staaten und der Internationale Fußballverband FIFA gehören insgesamt 211 nationale Fußballverbände an. Auch wenn es so klingt, als hätte jedes Land eine von der FIFA anerkannte Fußball-Nationalmannschaft, ist es nicht richtig. Manche Länder, wie beispielsweise Großbritannien, haben überhaupt gar keine Nationalmannschaft, sondern ist aufgeteilt auf mehrere Nationalmannschaften. Beispielsweise Reels, Nordirland, England und Schottland oder die Überseegebiete wie Gibraltar, Cook-Inseln oder Montserrat. Manch ein Land hat überhaupt gar keine Nationalmannschaft, die in der FIFA ist und manch eine hat noch nicht mal eine Mannschaft. In diesem Video geht es um 10 souveräne Staaten ohne eine von der FIFA anerkannte Nationalmannschaft. Bevor wir beginnen, gibt es einen wichtigen Disclaimer. In dieser Top-Liste kommen nur Länder vor, die entweder Mitglied der Vereinten Nationen sind oder von mehr als vier anderen Mitgliedstaaten der UNO als Staat anerkannt werden. Länder mit weniger oder überhaupt gar keiner Anerkennung, wie Transnistrien, Süd-Ossetien, Somaliland oder West-Sahara sind nicht mit hier auf der Liste. Auch sind autonom geführte Regionen wie Kurdistan, Sansibar oder Tibet nicht dabei. Genauso wenig auch Kronenbesitztümer wie die Kanalinseln Isle of Man oder Cornwall. Genauso wenig Regionen, die zu keinem Staat angehören, wie Bir Tawil, die Antarktis oder der Mars. Ein Land, was 100% ein eigenes Land ist, aber was ich hier nicht drauf habe, ist der Vatikanstaat, da ich schon darüber ein eigenes Video gemacht habe. Also ist in der Beschreibung und glaube, später in der Endcard verlinkt. So, das waren alle wichtigen Informationen, die ihr, bevor ihr das Video schaut, wissen müsst. Weitere Fragen gerne in den Kommentaren oder mir per DM auf Instagram. Ich beantworte da eigentlich nahezu jede DM. Ja, dann beginnen wir mal mit dem Video. Platz 10, Nidorei. Nidorei ist eine isolierte Koralleninsel im Südpazifik und ist seit 1974 mit Neuseeland verbunden. Da bei insgesamt 5 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die Insel als eigenes Staat anerkennen, ist diese Insel mit rund 1700 Einwohnern mit auf dieser Liste. Nidorei hat nicht so fucking Darth Vader auf ihre Währung, sondern haben auch eine eigene Fußballnationalmannschaft. Die Fußballauswahl vom pazifischen Inselstaat Nidorei absolvierte insgesamt 2 Länderspiele und verlor davon alle. Einmal 0 zu 14 gegen Tahiti und einmal 0 zu 19 gegen Papua-Neuguinea. Nidorei war anfangs accessoriertes Mitglied im UFC, wurde aber wegen Inaktivität widerrufen. Heute ist Nidorei weder Mitglied der FIFA als auch gar nicht mehr im UFC. Platz 9, Abrasien. Abrasien ist eine an das Schwarze Meer grenzende Region im Süden des Kakakos. Auch wenn Abrasien de facto noch zu Georgien gehört, wird diese Region von mehr als 5 UN-Mitgliedstaaten als unabhängigen Staat anerkannt. Auch hat diese Region eine eigene Fußballnationalmannschaft, die aber nicht von der FIFA, UEFA oder AFC offiziell anerkannt wurden. Seit Wiederbelebungen im Jahr 2012 trat Abrasien international unter dem Dach der Konifa an. Die nationale Fußballauswahl qualifizierte sich 2014 erstmals für eine Konifa-Fußball-Weltmeisterschaft und gewann diese 2016 im eigenen Land. 2017 nahm man erstmals an der Konifa-Europameisterschaft teil und wurde im selben Jahr vierter und 2019 dritter. Platz 8, Nauru. Nauru, amtlich Republik Nauru, ist ein Inselstadt im Pazifischen Ozean, der auf dem Kontinent Australien-Ozeane liegt. Mit etwa 11.000 Einwohnern ist der Inselstaat nicht nur der kleinste, sondern auch mit 21,10 Quadratkilometern der flächenmäßig kleinste Staat außerhalb Europas. Über den Fußball Nauru ist eher weniger bekannt. Der Nauruische Fußballverband sollte laut Berichten zufolge mal für eine Mitgliedschaft sowohl im UFC und in der FIFA beantragt haben, wurde aber angeblich wegen fehlender Infrastruktur nicht aufgenommen. Eine Fußballnationalmannschaft gibt es Stand jetzt noch nicht offiziell. Eigentlich sollte 2021 zu einem Turnier in Hawaii eingegründet werden, aber bis jetzt ist nichts draus geworden. Platz 7, Marshallinseln. Die Republik Marshallinseln ist ein Inselstaat in Ozeanien. Mit 53.000 Einwohnern auf einer Fläche von 181 Quadratkilometern gehören die Marshallinseln zu einer der kleinsten Staaten der Erde. Damals wurde die Insel, besonders das Bikini-Atoll, für Atom- und Kernwaffentests ausgenutzt. Auch wird dieses Land besonders vom Klimawandel betroffen und wegen des Ansteigens des Meeresspiegels könnte der Großteil der Marshallinseln in Zukunft verschwunden sein. Zum Gegensatz für den anderen Staaten auf dieser Liste haben die Marshallinseln weder eine eigene Fußballnationalmannschaft noch einen eigenen Fußballverband. Der beste auf den Marshallinseln geborene Spieler ist Mau Pinesula, der aber für Tuvalu spielt. Platz 6, Palau. Palau, amtlich Reibli Palau, ist ein Inselstaat im Pazifischen Ozean mit insgesamt 19.000 Einwohnern. Der heutige Inselstaat war zu Beginn ein UN-Treuhandgebiet unter der Verwaltung der USA. Jetzt, seit Oktober 1994, ist die Republik Palau ein unabhängiger und anerkannter Staat. Auch hat diese eine eigene Fußballnationalmannschaft, die aber von keiner Fußballkonföderation oder Weltverband offiziell anerkannt wird. Zwischen 2007 bis 2009 war man mal kurz vollwertiges Mitglied im UFC, aber heute ist man das nicht mehr. Sonst in Palau regelmäßig an den Mikronesien-Spiele teil, wo man 1998 und 2018 Dritter und 2014 Zweiter wurde. Platz 5, Mikronesien. Die föderierten Staaten von Mikronesien ist ein Inselstaat mit rund 150.000 Einwohnern und liegt im westlichen Teil des Pazifischen Ozeans. Mikronesien ist weder Mitglied im UFC noch im Weltfußballverband der FIFA und darf deshalb an keiner Qualifikationskampagne teilnehmen. Aber seit 2001 gilt das Land als einer der engsten Aufnahmekandidaten der FIFA, hat selbst die FIFA bestätigt. 2015 nahm der Inselstaat an den Pazifik-Spielen 2015 teil. Die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2016. Dort bewies sich Mikronesien als einer der schlechtesten Nationalmannschaften in der Geschichte des Fußballs. Das erste Spiel verloren man gegen Tahiti 30 zu 0, das zweite gegen Fiji 38 zu 0 und das letzte gegen Vanuatu verloren man 48 zu 0. Am Ende beendete Mikronesien die Qualifikationsgruppenspiele für die Olympischen Spiele 2016 auf den letzten Platz mit einer Tordreferenz von minus 114. Platz 4, Kiribas. Kiribas, amtlich Republik Kiribas ist ein Inselstaat im Pazifik und hat etwa 119.000 Einwohner. Die heutige Republik war früher mal ein Teil von Gilbert und Elysee Inseln und gehörte bis zur Unabhängigkeit 1979 zum Vereinigten Königreich. Die kiribatische Fußballnationalmannschaft ist zwar Mitglied im UFC, aber keines der FIFA. Man hat zwar 2015 einen Antrag auf eine Mitgliedschaft gestellt, aber haben bisher noch keine Antwort erhalten. Die Fußballauswahl vom kleinen Inselstaat nimmt ab und zu mal an den Pazifik-Spielen teil, aber schallte immer wieder in der Gruppenphase. Die Fußballnationalmannschaft absolvierte insgesamt elf Länderspiele und verlor bis auf ein einziges Unentschieden jedes einzelne Länderspiel. Platz 3, Tuvalu. Tuvalu ist ein Inselstaat im Pazifischen Ozean und hieß bis zur Unabhängigkeit am 1. Oktober 1978 Territorium Elysee Islands. Mit einer geschätzten Zahl von 11,6.000 Einwohnern und einer Fläche von 26 Quadratkilometern ist Tuvalu einer der kleinsten Staaten der Welt. Ein Jahr nach der Unabhängigkeit von Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland wurde 1979 der Tuvaluische Fußballverband gegründet. Auch hat Tuvalu eine eigene Fußballnationalmannschaft, die seit 2006 Mitglied im UFC sind. Obwohl der Verband von Tuvalu kein Mitglied in der FIFA ist, durfte es trotzdem 2017 einmal an der WM-Kollifikation teilnehmen. Der bisher größte Erfolg war der vierte Platz in den Pazifik-Minigames 2017 und der Viertelfinaleinzug in den richtigen Pazifik-Games im Jahr 1979. Auch ein kurioser Erfolg war, als die Tuvaluische Fußballnationalmannschaft 2018 die eigene Liga gewonnen haben. Seit mehreren Jahren wird der Fußball in Tuvalu mächtig gefördert und entwickelt. Seit September 2009 wird schon mit Hilfe des niederländischen Fußballverbandes die Vollmitgliedschaft in der FIFA vorbereitet und beantragt. Platz 2 Monaco Monaco, amtlich Fürstentum, Monaco ist ein europäischer Zwergstadt und liegt im Süd-Südosten von Frankreich ausgesehen. Auch wenn viele denken Monaco sei eine Stadt in Frankreich, ist das Fürstentum tatsächlich seit 533 Jahren von Frankreich unabhängig und ist heute ein anerkannter und eigener Staat. Das Land ist etwa 2,084 Quadratkilometer groß und ist neben dem Vatikanstaat der zweitkleinste Staat der Welt. Auch wenn Monaco ein international anerkanntes und souveränes Land ist, ist das Fürstentum weder Mitglied in der FIFA als noch in der UEFA. Das Land hat zwar ein großes Stadion und einen bekannten Fußballverein, aber dieser spielt in Frankreich. 2003 wurde der monogastische Fußballverband Mitglied im NF-Board, ein Dachverband für Nicht-FIFA-Mitglieder. Der NF-Board organisierte 2006 erstmals die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft und dort nahm auch Monaco teil, kam sogar dort bis ins Finale, verlor da aber knapp gegen Lapland 21 zu 1. Platz 1 Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland Das Vereinigte Königreich Großbritannien-Nordirland, kurz Vereinigtes Königreich oder oft fälschlicherweise Großbritannien oder noch schlimmer England genannt, ist ein westeuropäisches Land und bildet den größten Inselstaat Europas. Auch wenn das Land zu einer der bekanntesten und mächtigsten Länder der Welt gehört, ist Großbritannien kein Mitglied in der FIFA oder sonst einer Fußballkonfrontation. Wohl eher gibt es gleich mehrere britische Mannschaften, die Mitglied in der FIFA sind, wie England, Nordirland, Reels, Schottland, Gibraltar oder Angrela und Co. Nur bei den Olympischen Spielen tritt das Vereinigte Königreich als Ganzes an. Die Fußball-Lympia-Auswahl der Herren von Großbritannien gewann zweimal 1908 und danach 1912 Gold und die der Frauen kamen zweimal ins Viertelfinale. So Leute, das waren alle 10 Länder, die nicht Mitglied in der FIFA sind. Welches Land wusstet ihr und welches wusstet ihr nicht? Schreibt dazu auch noch in die Kommentare, welches von diesen am ehesten die Mitgliedschaft in der FIFA erhalten wird. Wenn ich Geld drauf hätten müsste, würde ich Tubaloo nehmen. Bevor ihr abschaltet, gibt es noch eine sehr wichtige Information. Der dritte Teil von der Ranking-Serie der besten europäischen Nationalmannschaften aller Zeiten wird noch kommen, aber verspätet sich etwas. Ich war zwar schon mit dem Skript fertig, aber war damit nicht so ganz zufrieden. Deshalb habe ich einfach wieder von neu angefangen und deswegen verspätet sich etwas und habt einfach mal Geduld. Wenn ihr wissen wollt, warum Grönland kein Mitglied in der FIFA ist oder wie der Fußball im kleinsten Land der Welt ist, dann klickt hier in der Endcard. Dort könnt ihr gleichzeitig meinen Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Das war's im Video, bis nächstes Mal und ciao. Guess Untertitelung des ZDF, 2020